so gibt es morgen und ich zeige ich jetzt mal meine mein Gott die hier noch mal so und jetzt habe ich hier einen schönen Roller-Kuss gemacht und der ist einfach nur episch das mit Zeichen zwar mit Fock weil Fock noch epischer ist wisst ihr ne weil ich wissen wie das mit Fock aussieht wie sieht es mit noch mehr voraus ein genau auf der Fahndung Böse ganz böse da so ist vielleicht gut dann hält es auch nicht so viel hier ist der Tore des Fels der Abends und der Kindeser ganz unten und da war noch noch mehr wenn die haben die an und es geht hoch mit Fock und Fock und und drücken dort so ist jetzt Zeit für Portofar Füß ganz nach oben fahren und ich muss diese Achterbahn schon ein paar Mal ausbessern dieser Stelle und mit ihm hat nach oben mit Frau Kult ein Fock und ich mag Focktasse glaube ich die Ziele Foschke sich Gini wirklich aber egal jetzt hier durch die Bahnhof nenne ich den im Bahnhof wenn man dann ist der Roller Kuster fertig die Bisschen nicht das verzeige ich euch vielleicht auch nicht normal kurzum sind die Nieren die Lauer Säule es sei auch vielleicht auch das war der Roller Kuster und ich bin jetzt raus